Die neue Schneidmühlenbaureihe HB von Herbold. Schredder und Mühle in Kombination. Darin steckt ein klares Konzept. Großer Vorratsbehälter mit Hydraulikstempel, verknüpft mit einer modernen, besonders effizient arbeitenden Herbold-Schneidmühle, damit das fertige Mahlgut in einem Arbeitsschritt erzeugt werden kann. Wie das Beispiel aus der Praxis zeigt. Mit dem hydraulisch bewegten Schieber wird der Inhalt des Vorratsbehälters nach und nach entleert. Durch die besondere Gestaltung des Mahlraumes und die hohe Schnittfolge wird zum Beispiel aus der Ballenware in einem Arbeitsgang das gewünschte Mahlgut. In einer Feinkörnung zwischen 4 bis 8 mm. Geeignet zur direkten Weiterverarbeitung. Durch die automatische Dosierung der Materialmenge gibt es keine Überlastung. und somit kein Risiko der Blockierung. Das gleiche gilt bei aufgeschnittenen Folienrollen, aber auch bei sperrigen Hohlkörpern oder dickwandigen Anfahrklumpen. Über den Vorratsbunker kann während des laufenden Betriebs weiter aufgefüllt werden, wodurch ein automatisierter Ablauf möglich wird. Je nach Anforderung sind verschiedene Rotorformen für die HB-Baureihe lieferbar. In vier Baugrößen. Von 45 bis 200 Kilowatt, von 0,5 bis 6 Tonnen Durchsatzleistung in der Stunde. Für die verschiedensten Anwendungen. Sperrige Hohlkörper, Anfahrklumpen, Rohre und Profile, Folien, PET-Flaschen, Fasern, Teppichreste. Die Vorteile dieser einstufigen, platzsparenden Lösung der Herbold-Baureihe HB Vollautomatikbetrieb, große Beschickungsöffnung für ganze Ballen, Endprodukt ideal zur direkten Weiterverarbeitung geeignet. Mahlkammer leicht zugänglich für Reinigungsarbeiten, Reduzierter Instandhaltungsaufwand, Bessere Energiebilanz, Da nur eine Zerkleinerungsstufe zum Einsatz kommt. Die zum Patent angemeldeten Schneidmühlen der Herbold-SB-Baureihe weisen dieselben besonderen Vorteile auf wie das übrige Herbold-Mühlenprogramm. Außenliegende Rotorlager, Schrägschnitt, bruchsichere Schweißkonstruktion. Bei dieser Baureihe wird anstelle des Stempels die Zwangsbeschickung mit Anpressschnecken vorgenommen. Auf Wunsch bieten wir schlüsselfertige Gesamtlösungen mit überzeugenden Ideen, um Zeit und Geld zu sparen.